Dann ist es also wahr. Alle drei wieder vereint. Das ist wie ein Wunder. Giulio. Für mich ist es so, als wären wir immer zusammen gewesen. Von morgens bis abends zusammengesteckt. Auf alles, was uns glücklich macht. Genau. Stellt euch uns drei in dem Auto vor. Auf dem Weg nach Barcelona. Ist toll, Barcelona. Wir waren alle so hungrig aufs Leben. Und wie heißt du? Äh, Gemma. Gemma. Unsere Narben zeigen, dass es schwer war. Unser Lächeln zeigt, dass wir es geschafft haben. Das ist der Vorfeld! Lass mich nie mehr gehen. Nie mehr. Weißt du, was das bedeutet? Wir sind Plötterika. Als nächstes fliegen wir aus der Wohnung. Ich hab dich immer so gern gehandelt. Warum tust du mir das an? Warum, Giulio? Wir haben uns mal versprochen, dass wir uns immer helfen. Kannst du dich noch vage daran erinnern? Geh niemals Kompromisse ein, Sveva. Für nichts und niemanden. Für dich muss es stimmen. Nicht für die anderen. Ich bin ein Ellisik. Ich bin ein Egent. Untertitelung des ZDF, 2020